Jeder kennt Gini, yo? Arkadaşlar, Hoçgeldiniz. Sagen wir's auf Türkisch, klingt cooler. Ähm, heute Retroplay mit Deiner and me. Und wir sagen auf dem SNES, Aladin, Aladin, Business, Aladin, Aladin, Aladin. Aladin. Okay. Und weil der Deiner so ein Aladin-Fan ist, fängt doch mal an. Man kann das supergut. Sagst du, ich spiel das jetzt zum allerersten Mal hier, ne? Und du musst mich leiten, ne? Spring. Wie du mir, ja, warte mal, mein Zocker-Gen sagt mir, ich muss mit B springen. Und ich, wow, 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 wow. Okay, weil du hast mir letztes Mal ja schon gezeigt, wie man so... Wer ist... Nein. Ich mach gar nicht. Ja, du musst mir sagen, was ist... Boah! Scheiße, Alter. Das ist das System. Error. Error sind... Wie heißt das so einfach erst? Trial and Error. Trial and Error. Genau. Trial and Error. Ich dachte, normalerweise hat noch so ein... Hast du das gesehen? Ja. Das gehört zu den Grundkenntnissen in Aladin. Ja, sorry, ich hab das nie gespielt. Ich hab nur... Zieh dich hoch! Nein! Nein! Du bist tot! Jetzt schon! Oh Gott! Nein, ich will's! Spring drauf! Kannst auf dich springen. Ja! Hast du das gesehen? Genau! Jetzt springen! Der ist betäubt! Schnell! Lauf! Auf ihn drauf springen? Ja. Jawohl! Auf den, der aus dem Fenster immer kommt, kannst du auch springen. Okay, okay. Und wenn du auf jemanden springst und dann gleichzeitig... Dann gleichzeitig B drückst, springst du nämlich höher weg. Guck mal, er weiß gar nicht, dass ich heben bin. Jetzt weiß er es. Oh, jetzt weiß er es. Digga, du hast dich voll überschätzt. Aha! Nein, kein Stück. Du kannst auf die alle drauf springen. Ah, ein bisschen Spannung muss drin sein. Kannst du immer viel zu einfach sein. Hast du das gesehen? Genau, genau, genau. Geh zurück, geh zurück! Na! Oh! Häng dich ran, schwing dich hoch und wenn du oben bist, lass los und drück springen. Ja, genau! Okay. Mach nochmal ein Ziel, ich geh mal da hoch. Genau, genau. Nein, nicht ganz. Nochmal, nochmal, links hoch. Ja, sehr gut, jetzt häng dich da oben dran und zieh dich hoch. Wie soll ich mich da oben ran hängen? An der Seite, an der Seite hoch springen und dich fest. Genau, dann zieh dich hoch. Ah! Okay, und jetzt auf die hoch springen? Genau, und jetzt hoch. Nein! Fast. Zurück, da oben ist nämlich ein Tuch. Hol den Tuch. Okay, brauch das Tuch. Tuch ist geil. Ich erklär's dir gleich. Mit Tuch kannst du fliegen, Digga. Also erstmal, bäm hier. Ich muss in eine andere Seite... Du kannst, egal wie einfach, wenn du oben bist, so springen. Nee. Doch. Der springt mich hier nur in die eine Richtung. Doch. Der springt nur hier in ernsthaft. Du kennst dein eigenes Spiel nicht. So sieht es nicht aus. Als ob ich das entwickelt hab. Mein eigenes Spiel. Du kennst dein eigenes Spiel von Capcom gar nicht. Ich bin nicht von Capcom. Genau, und jetzt. Und jetzt spring mal einmal hoch geradeaus und drück mal R. R? Wow! Voll Hightech, jo. Beste. Runter, runter. Genau. Spring drauf, dann geht's auf. Okay. Okay. Boah, also. Nimm doch! Hard Container, jo. Okay, aber für's erste Mal bist du schon ganz okay. Ich bin schon ganz schön gut. Als ich das mit elf Jahren das erste Mal gespielt hab, war ich auch so gut. Ja. Ja. Das muss du holen. Ja, sehr gut. Was bringt mir denn das? Wow. Wenn du die Map zu Ende hast, dann kriegst du so einen Bonus. Eine Bonusrunde. Trifft er mich, wenn ich hier bin? Ja. Nee. Trifft dich nicht. Viel zu blöd, Alter. Bam. Jawohl. Keine Zeit für Handy. Wir müssen zocken. Spring. Jetzt. Ah. Ey, du bist da ganz gut. Pass auf. Ja, sehr gut. Spring. Schieß. Ah. Spring. Lauf. Spring jetzt. Ihr springt. Warte. Etappenweise. Ganz ruhig. Nein. Das geht gar nicht nach Zeit. Okay. Zykle dein Temperament. In Deutschland regelt man das so. Oh, der Holländer in dir kommt durch. Nein. Oh. Hat's jetzt geklappt? Das hättest du ganz elegant lesen können. Ey, du hast es geschafft sogar. Bam. Jetzt darfst du das Bonuslevel machen schon. Ja? Bonuslevel, was macht das? Oh. Ähm, da gibt's jetzt, ich glaub, Chattu Roulette. Weißt du, was ich mal spielen möchte? Weißt du, was ich mal gespielt hab? Harry Potter. Und da gab's auch so Bonuslevel. Da konnte man dann so diese Bohnen einsammeln. Weißt du, diese... Ich glaub, wir haben sogar Harry Potter hier. Das, geil. Das muss man auch machen. Wenn du das kannst. Natürlich kann ich, ja. Kannst du auch Spyro? Ne, das hab ich noch nie gespielt. Oh, den. Ich kenn das, ich kenn das. Spyro Classic. Ich konnte fast, ja fast nie irgendwas gespielt. Was muss ich jetzt hier machen? Hast du gedrückt einmal? Musst du warten. Ich warte. Ob ein Up oder zwei Up kommt. Das ist jetzt der Flaschengeist, ne? Das ist der Genie. Ich kenn das nämlich. Ich hab das mal gesehen im Fernsehen. Nur nie gespielt. Jeder kennt Genie, jo? Ah, neuer Versuch. Ja, Stern, neuer Versuch. Das bedeutet, ich glaub, das ganze Level neu machen. Nein. Ist doch keine Strafe. Ach, so Leben sind das. Ich wär auch. Lassen wir den. Ja, ich sterbe jetzt sowieso, ist der Vorführeffekt. Das ist Murphys Law oder keine Ahnung. Ne, Murphys Law ist nicht der Vorführeffekt. Ich bin nie gestorben bis auf einmal, wo ich nicht wusste warum. Der Affe kommt gar nicht hinterher, der Abu. Abu. Abu! Ja, aber du hast ja Ahnung von dem Spiel. Gar nicht. Natürlich. Komm, wie du alleine vom Spiel bist. Komm, hör auf. Also dafür, dass du Ahnung vom Spiel hast, bist du ganz schön schlecht. Hä? Ich wär schon längst durch jetzt noch meine Erfahrung von einem Level. Oha. Du musst mich gar konzentrieren. Ich darf mich jetzt nicht blamieren. Ne. Vorsicht. Ah, fast drauf reingefangen. Also fast. Ah, knapp was. Ah. Oho. Der Affe ist unzerstorben. Ah. Scheiße. Der Affe, der ist eigentlich gar nicht da. Du bist jetzt grad gestorben, ne? Nein. Nein. Ach, war der Leben. Jetzt versteh ich das erst. Ah, okay. Du bist doch vorhin auch gestorben kurz. Ja, ja, ja. Also mit Leben. Aber ich glaub, ich bin sogar komplett gestorben. Genau, das bist du auch. Ja. Aber nur weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Weißt du, was das coole bei den Spielen ist? Das sieht zwar aus wie für Kinder, aber dadurch, dass es ja so alt und classy und sowas ist, ist es einfach Spielkultur. Ja. Und man muss sich nicht schämen, in Aladdin zu spielen, you know? Also, wolltest du irgendwie mich verarschen? Wolltest du sagen, ja, ja doch? Ja, ich hab's mir doch verkniffen. Ich glaub, wenn du jetzt wirklich sagst, Aladdin und so, ist Kinderquatsch oder sowas, dann... Nein, das wollte ich nicht sagen. Dann, äh, hier. Dann hast du mit sehr vielen Leuten verscherzt, Bro. Ja, Bro. Dann, äh, for sure. Ja, keine Ahnung, wo muss ich jetzt hier längs laufen? Hoch, hoch. Ich dachte, du hast Spieleverständnis. Ja, natürlich hab ich gedacht. Spring doch mal da drauf. Bam. Siehst du? Da hättest du auch vorher drauf kommen können. Ja, toll. Ja, bin ich auch. Ich wollte noch ein bisschen spannend machen. Weißt du, was das für ein Palast ist? Äh, ja, der von, äh... Das ist Taj Mahal, ne? Ja. Das wollte ich jetzt sagen. Oh! Oh shit! Nur noch ein... Das ist doch nicht der Taj Mahal! Ich hab... Nein, Mann, keine Ahnung, Alter. Das, ich hab grad, irgendwie war ganz wichtig, dass ich ein Herz habe, ja? Da unten ist was? Taj Mahal weiß ich aber, ähm... Wo ist denn der Taj Mahal? Taj Mahal ist in Indien. Immerhin. Wow, wow, wow. Und, äh, wo spielt das? Aladdin spielt in irgendwo Arabien Zeugs. Ich weiß das selbst gar nicht. Ja, irgendwo in Ägypten? Ja, irgendwas Arabisch ist. Guck mich um, ob die Redaktion vielleicht was weiß. Weiß die Redaktion was? Hallo, von unserem 50-köpfigen Team hier hinter der Kamera weiß niemand. Nee, ich glaub, es sind nur 45 heute, wenn ich richtig zähle. Du, du, du und du. So, jetzt. Hier, hol mal das da unten, dann klickst du wenigstens eins noch drauf. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Hol, hol. Oha, ein Herz. Ich bin ja auch... Geh hoch, geh noch mal hoch. Aha. Da ist was. Grabs dir. Crafte mal ein bisschen was. Ey, crafte... Was? Da ist was! Bäm! Du hast, äh, du hast Kohle übersehen, jo. Ich hab keine Ahnung, ich hab Minecraft... Bei 9,47. Ich wollt bei Minecraft anfangen zu zocken, aber ich hab mir gedacht, scheiße, ich will nicht damit anfangen. Weil wenn, hab ich Angst, dass ich nicht mehr loskomme. Davon, ich... Nee, so schlimm ist es nicht. Ah, angeblich schon. Nicht so wie WoW. Angeblich schon. WoW, glaub ich, ist gar nicht so schlimm. WoW ist total schlimm. Digga, pass auf! Nein! Und du bist tot! Oh Gott, oh Gott, nein! Oh Gott! Wie langsam du in den Abgrund geflogen bist! Komm, lass mich das schnell. Muss man von vorne, muss man nicht spielen? Natürlich, da gibt's keine Checkpoints. Was? Oha, voll Vintage, das Spiel. Natürlich. Du kannst auch nicht speichern, du kannst dir nur Passwörter für die Stufen oder für die Worlds und dann kannst du einfach wieder dort weitermachen, wenn du das Passwort eingibst am Anfang. Das ist ja wie Slender. Slender? Ja, dass man immer neu starten muss. Ja, Passwörter gibt's ja nicht. Aber du musst immer neu starten, das ist so schrecklich. Ja, aber Slender spielt man ja auch nicht in mehreren Zügen durch, sondern einmal und dann hat man's durch. Ja, klar. Slender. Na, es gibt auch so ein längeres Slender-Spielen. Ah, du kennst dich nur mit diesen Oldschool-Sachen aus, ne? Vintage-Hipster. Sowas hier, guck. Du bist jetzt schon weiter als ich? Wie geht das denn? Ja. Ah, ich brauch das Ding nicht, Mann. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. Hättest du gar nicht gedacht, ne? Ne, ne. Aha. Echt? Richtig? Du bist schneller als das Bild bist du? Dann würd ich mal sagen, das ist ein gelungener Abschluss für die Folge, weil, geh nicht mehr weiter. Ach komm, dann mach das mal. Da kommt jetzt nur noch der Boss. Okay. Dann schafft den schnell. Echt? Das ist jetzt der Boss? Ja, ja, dann lauf dich. Du hast hier erstmal springen können. Ups. B ist doch springen. Das ist doch nicht der Boss, oder was? Nein, der kommt gleich. Rush mal durch, Mann. Ja, Mann. Schnell. Jetzt, da kommt er gleich. Wussch. Ne, doch nicht. Fuck. Du, du kannst doch nicht mit zwei Herzen nutzen. Da sind überall Brot. Wo ist Brot? Da drin? Da war Brot, links. Brot. Jetzt auch bei Minecraft auch. Warum sammelst du das Brot nicht? Wow, wow, wow. Nimm's doch. Lauf doch hin jetzt. Ja. Bam. Ah, okay. Aha. So, drei. Jetzt aber weiter. Drei reichen. Für mich reicht auch ein Herz. Nee. Aber der ist schwer. Da musst du immer drauf springen. Guck. Der macht dann immer so mit Messer. Oh nein, das Mädchen. Was? Ich bin nicht gegengelaufen. Doch, bist du. Was? Du musst aber warten, bis er so einmal schlägt und dann drauf springen. Jetzt spring drauf. Nee, zu spät. Ah, zu spät. Ne? Zu spät. Jetzt, zack, und weg. Yes, yes, yes. Mach der so. Oh, 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 oh. Warte und spring drauf. Ah. Nein. Und tot. Traurig. Naja. Nee, dann soll's wohl nicht sein. Du wolltest es machen, du hast uns in den Ruin gestürzt. Äh, ja. Ja. Dann war's das heute mit Aladdin auf, äh, Super Nintendo. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es in den Kommentaren. Von Aladdin. Wenn ihr mehr mit Dena wollt. Puh. Könnt ihr seinen Kanal abchecken. Äh, hier, Dena MC oder Dena einfach nur. Youtube.com slash Dena. D-N-E-R. Merkt euch diese Namen. Dena. Vom D zum Meer. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal unter Dena. Der ist gar nicht da, der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. Hier. Ah, jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.